Hallo, mein Name ist Astrid Wessels. Ich bin Logopädin und Fachtherapeutin für Schluckstörungen. In dem heutigen Ratgeber geht es um vorbereitende Übungen, um das Schlucken sicher zu gestalten. Wir beginnen mit Übungen für die Muskulatur. Schauen Sie bitte über Ihre rechte Schulter, halten Sie die Position für drei bis fünf Sekunden und kommen zurück zur Mitte. Der Körper ist aber aufgerichtet und bewegt sich nicht mit. Dieser Durchgang wird ungefähr drei bis fünf Mal gemacht und dann wechseln Sie die Seite. Weiter machen wir mit unuterischen Übungen für die Lippen. Schließen Sie Ihre Lippen und drücken Sie mit der Zunge gegen die Innenlippen. Kreisen Sie mit Ihrer Zunge mit leichtem Druck rechts rum. Nach fünf Runden wechseln Sie die Richtung. Während der Übung sollte nicht gesprochen und auch nicht geschluckt werden. Und noch eine kurze Übung für die Zunge. Drücken Sie bei geschlossenen Lippen mit der Zunge in die Wangentasche. Bewegen Sie die Zunge mit leichtem Druck nach oben und nach unten und anschließend vor und zurück. Dabei sollten Sie auch nicht schlucken und nicht sprechen und gehen danach dann rüber auf die andere Seite. Diese Übungen sind gut in den Alltag zu integrieren und man kann sie wunderbar zu Hause alleine durchführen. Schnell werden Sie eine Verbesserung bemerken. Bei weiteren Fragen sprechen Sie das WinVitalis Team an.